Hallo, hallo. Hier ist eine Mittagspause auf der Terrasse. Da ist Meila. Mein Name ist Paul. Da ist Joshi. Ola. Lissi. Icki steht gerade auf. Hallo. Wir haben gerade Besuch von Mirakoli wieder. Und da ist die Liz. Schön hier in der Sonne. Das ist der Paul. Das ist die Nase von Paul. Achso, von Milly liegt er auch noch. Da liegt die Milly. Hallo, Milly. Euch einen schönen Sonntag. Tschüss. Schauspiel. Vielen Dank.